es ist immer noch nacht ich würde sagen wir schlafen jetzt noch mal weil die energie ist noch nicht so richtig dann laufen wir drei schritte und dann pennt dann muss hier wieder schlafen deswegen lieber so energie einmal voll machen und dann ist auch der nächste morgen sehr schön damit können wir doch arbeiten wo ist das der verbrannte baum sieht er das ist ein einsamer baum den möchte ich mir immer angucken so die ist sehr schnell unterwegs oder meine ich das nur war am rock auch so schnell hat mich auch mal ein adler vogel die haben dir gerne die puppies weggenommen da warte ich ja immer noch sehnsüchtig drauf dass da mal demnächst irgendwann was neues kommt so dass ich jetzt ein alter einsame baum wahnsinn okay ja also würde ich mir tatsächlich wünschen dass da demnächst was neues kommt irgendwas buch das sind die drei jungs na ja wir könnten nee warte mal ist das nicht mutter mit mit kind na aber hallo ach das sind die das ist nicht die große herde ja wir sind immer noch zu langsam also das hatte ich mit am rock auch und und okay also daran merkt man wirklich jetzt haben wir es der schwierigkeitsgrad so wenn das einmal hast dann geht es glaube ich das hat nicht ich von der mutter töten lassen so komm her boah da ist man aber schon ein bisschen dran ne so ein bisschen auf mein leben achten also vielleicht wenn wenn die mutter da ist dann weglaufen aber die ist immer schneller wenn ich mal denke ah ich hätte noch eine sekunde dann ist sie schon da mutti lass mich doch jetzt mal ist wenn ich zu lang warte habe ich auch angst dass die weg ist verdammt ich kann sie aber auch nicht weglocken ich bin gleich tot und ich krieg sie nicht weggelockt das ist aber auch eine knifflige geschichte jetzt hat sie mich schon wieder erwischt man 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 ich bin gleich 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 Das Problem ist, dass das Kleine mich... Ich bin gerade so still, weil ich mich konzentriere. Das Kleine schadet mir ja auch noch. Ich weiß gar nicht, ob wir das überhaupt lebend jetzt hier schaffen. Oder ob ich lieber aufhören sollte. Das ist auch schön, ne? Wir laufen einfach nebenher. Ja, du bist erschöpft, ich weiß. Ach, Mutti. Tu mir doch einen Gefallen und lauf mal in eine andere Richtung. Das ist auch so skurril, was hier gerade passiert. Ich habe halt echt Schiss, wenn die Mutti mich noch einmal erwischt, dann war es das, ne? Mutti, geh doch mal woanders hin. Muss ich sie vielleicht einmal angreifen, oder was? Aha. Ah! Oh Gott. Boah, ne, das schaffe ich nicht. Scheiße. Die ist so gut wie tot, ey. Oh, noch einmal. Komm, 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 komm. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Nein. Wups. Vielen Dank. Das war ja vorauszusehen. Mensch, da haben wir ja schlecht geschlafen. Puh. Und ich dachte, wir wären gestorben. Das sehr. Seven, da musst du auch mal ein bisschen mehr auf dich aufpassen. Sei froh, dass du das nur geträumt hast. Also wirklich. Scheiße. Das tut mir leid. Aber wir haben das ja alles noch geträumt. Daher wird's schon. Alles gut. Ich bin halt immer noch von dem Schwierigkeitsgrad easy, total eingenommen und verwöhnt. Das muss ich mir ganz dringend abgewöhnen. Ganz, ganz dringend. So, dann laufen wir mal ein bisschen. Wir sind erholt und putzmunter. Und ich glaube, wir streifen mal ein bisschen durch den Wald. Hallo, Hase. Oh, Hase hätte... Ja, egal. Wir finden noch einen anderen Hasen. Ja. 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 Was wär's ja jetzt im Topf? Musik? Die ändert sich schon nicht wegen der... Was ist denn hier? Das haben wir denn da. ... Du bist ein Jungtier. Und ich hab... Oh, die stehen aber alle sehr krass. Hallo? Könnt ihr euch mal bewegen? Warum flüchten die nicht? Die flüchten nicht. Oh, das währt sich aber schon sehr gut. Okay, das wird... Oh, ich muss das andere nehmen. Ich muss das da nehmen. Das ist Mini. Das da. Das ist noch kleiner. Ist auch Asi, ne? Müssen wir das ganz klein nehmen. Aber dass sie nicht weglaufen... Ich meine, dass er Stunk macht, ist mir klar. Aber... Da rennt die Mutti. Ja, 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 ja. Lauf, lauf. Jetzt. Jetzt hast du verloren, mein Freund. Das tut mir leid, da hättest du nicht laufen sollen. Oh, ich höre Mutti. Oh, ich höre Mutti. Willst du mich verarschen? Das ist meine Beute. Ich bin gar nicht in eurem Gebiet. Wollt ihr mich verarschen? Das ist gar nicht euer Gebiet. Was wollt ihr eigentlich? Also, ich vergucke mich nicht. Das ist nicht deren Gebiet. Wow, okay. Die sind zu dritt. Hallo? Ja, packt euch alle. Äh, hallo? 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 Seid ihr wahnsinnig? Alter, was läuft denn hier? Wie gemein ist das denn? Wir hätten so einen tollen Jagderfolg gehabt. Also jetzt wirklich. Das lief echt gut, als das Kleine abgehauen ist. Und dann kommen diese... Diverse Füllwörter können eingefügt werden. Ohne Witz, weißt du? Ihr blöden Saftsäcke, ey. Ja, einer von den beiden, ne? Ich hab jetzt nicht auf den Namen geguckt. Der ein Wolf hat sich oben rechts eingeblendet. Verdammte Axt! Haben wir hier irgendwo einen Kadaver? Ach, das ist doch doof. Eigentlich ist das ein Zeichen für einen Kadaver. Ja, dann müssen wir jetzt erstmal wieder resten, ne? Doof. Das hast du ja nicht so gut hinbekommen, ne? An deinem Charme arbeiten wir noch, Madame. Ach ja.